Was wir heute tun, ist doch das übliche Rätselraten um SWIFT. Das ist doch jedes Mal das Gleiche. Immer wenn wir dieses Thema haben, stellen wir fest, wir kriegen und kriegen keine wirklichen Fakten auf den Tisch. Wir kriegen nicht die Wahrheit auf den Tisch. Wir haben immer mit einer Blackbox zu tun und vielen geheimnisvollen Geheimnistuareien. Und sogar Datenschutzexperten, wir haben es doch in der NSE-Anhörung gehört, aus den USA, die wahrlich nun nicht der Linken verdächtig sind, raten der Europäischen Union, um dringend SWIFT auszusetzen, erst mal zu prüfen, was wirklich Sache ist. Noch nicht mal dazu sind Sie bereit. Sie behaupten heute allen Ernstes, Frau Malmström, da gibt es keine Verletzung. Und was ist denn Ihr Beweisstück? Ihr Beweisstück ist ein Brief. Ein Brief, den Sie erhalten haben, ist das die Basis, auf der ermittelt wurde? Was haben Sie für Ermittlungen eingeleitet? Was haben Sie für Fakten? Was haben Sie für Beweise? Das würden Sie doch in keinem anderen Fall so zulassen. Aber hier lassen Sie es zu. Und ich muss auch sagen, der Brief, wenn man den liest, da spürt man nicht mal den leisesten Hauch, gewissermaßen den leisesten Hauch einer korrigierenden Regung oder irgendwie der Wahrnahme des Problems. Und die Frage ist, ob wir uns das bieten lassen. Es gibt eine konkrete Regelung im SWIFT-Vertrag. Das ist Artikel 21.1, wo die Kündigung möglich ist jederzeit unter bestimmten Voraussetzungen. Und ich verstehe Ihre Haltung nicht, die Sie gegenüber anderen Ländern nicht einnehmen würden. Ich verstehe es nicht. Und ehrlich gesagt, wenn man nicht gleich die Kündigung des Vertrages, was mir am liebsten wäre, vornimmt, dann sollte doch wenigstens über die Aussetzung nachgedacht werden. Wir machen uns doch hier als zu Deppen, als europäische Bürgerinnen und Bürger. Danke schön, Frau Ernst.